Und dann kommt unsere letzte Kontribuzion für uns eine Reportage über die drei Jugendlichen Musiker der Queen de Jonze, Rit. Rit hat eine neue Song geschrieben in Valader, mit einem Namen der Quartier-Dovrain. Musiker Punk-Engineiser, Musiker Heavy-Romancer. Musiker Overdeck Alegre. exoticer Part sage ich an Adurdez und von derianoigen am. Hallo, говоря heisse. Hau. Hallo? Ja, attention mit dem Schalinen. Es ist ein Schür. Es ist ein Schürgeres, es ist ein Schürgeres. Hier ist es ... Hi. Das war's. 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 Das war's.